Jo meine Freunde, was geht ab? Ich hoffe alles klar bei euch Und ja, zum Jahresanfang sollte eigentlich heute ein Spiel kommen Und zwar hat mich ein Fan, ich nenne ihn jetzt mal Fan Eigentlich ist ein Kollege von mir jetzt inzwischen geworden Er hat gegen mich gespielt und zwar haben wir Ultimate gespielt Er hat eine Herausforderung gemacht, hat gesagt Wenn du gegen mich gewinnst, gebe ich dir Neymar Und Neymar war in der Zeit 350k wert Ja, das Spiel sollte eigentlich heute kommen Aber es ist heute übelst lang zu schnell Und deswegen habe ich keine Zeit, ich muss nachher noch was machen Und ja, deswegen seid zufrieden mit einem Pack-Opening Heute, ich habe jetzt momentan 500k Und heute werden wir nur 200k gezogen Denn den Ball kommt Team of the Year Und da würde ich auch noch Coins haben und da werden auch noch Packs gezogen Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an Yo, fangen wir mal gleich an Gestern gab es nur 100k Packs, aber ich habe nicht gezogen Ich hatte keine Eier, hätte ich die mal gezogen Weil jetzt gibt es irgendwie 15k Packs und 25k Packs Aber da ich nur normale Packs ziehen möchte Wäre jetzt nur normale Packs und mal gucken Vielleicht noch 15k Packs, aber erst mal ziehen So, erstes Pack Wie ziehen bis zu 200k So, mal gucken, was im ersten Pack kommt Natürlich, natürlich Fernande ist egal Er war doch mal, er war doch mal bei Besiktas, ne Ja, er war 15k Packs Aber da kommt eh nur Müll raus So, was kommt raus? Natürlich, Smalling oder wieder Spaß War doch klar, warum ziehe ich auch? Guck mal Schau mal Komm, den skippen wir Oh, so ein Digga Webo Fenerbahce Ich habe Fenerbahce gehabt, so wie so ein deutscher gesagt Fenerbahce Bitteschön Nächstes Pack Digga, Rodriguez Er ist nix wert, man Messi Schauen wir mal Skippen wir Sahin, Digga Ich dachte, wow Ich dachte, ein guter Spieler Schein ist auch nice, aber Hat keinen Sinn, mit dem zu spielen Noch nie Und jetzt sieht es wieder danach aus, dass ich nix ziehen werde Aber schauen wir mal Skippen wir Santana, Digga Geh sterben Skippen wir Alter, wieso kriege ich ein Silberspiel? Das ist ein Erd, das ist die alten Top, Digga Digga, das gibt's doch nicht, Mustafi, Mann Ich zieh nicht mal ein Goldspieler, was ist das? Also ich zieh ein Goldspieler, aber kein Raw, Alter, was ist das? Was kommt? Digga Morales, was ist das? Obwohl, er hat ein 39er Tempo, 89er Tempo ist halt wert Eh nicht, sowieso nicht, Alter Ja, verpiss dich Komm, einen guten Spieler will ich noch haben Come on Alter, was ist das? Ich krieg nur goldene, seltene Fitnesskarten, Mann Was ist das? Juwetitsch, Digga Alter, ich dachte, das wäre Aguero, Alter Fuck, Alter Ich dachte, das wäre Aguero, Mann Der Torwart ist übelst nice Kann ich euch sehr empfehlen, aber billig Gevigno, Digga, ist er was wert? Er ist übelst gut, aber er ist nix mehr wert, Digga Quadraro war was wert, aber er wäre nicht Mann Komm Alter, was ist das? Ich krieg zwei Silberdinger, Mann, was ist das? Tippen mal Lennon Aber Lennon ist nix wert, Digga Obwohl er auch übelst gut ist Schauen wir mal Und noch ein Fan der Budgetspieler, Digga Nicht mal ein Besiktier, das sehe ich Obwohl ich gar keinen Besiktier, der Spieler haben möchte Digga, ich zieh nur Türken, Mann, was ist das? Komm, wir ziehen noch ein 15kp Wieso habe ich das gezogen? Ich werde das nicht bereuen Boom Skippen Maranda, Digga Hä, Moment mal, Maranda war der nicht in Form? Einzigartige Goldzeit, nein, 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 12 gemischte Spieler und 12 Euro Komm Alle selten, komm, wir ziehen Boom 25k Skippen wir Gomez, Albuoy, Piatti Guck mal, Digga Digga, 15 Ich krieg nur 3 Spieler Alle Müll Und Guck mal, wie viele Boah, ich kann auslasten Doch, einen Aber nur einen Und Immobilien, Digga Mann Was ist das? 3 Müllspieler, alter 80er Raid Das war ich deren Ernst Und es kommt immer nur 3 Spieler raus Was ist das? Skippen Okay, ich lasse es, Digga Ich lasse es, ich könnte heulen Was ist das? Skippen wir Müll Einfach nur Müll Und noch ein Fälle der Batschenspiel, Digga Ich hab schon 3 Fälle der Batschenspieler gezogen, Mann Was ist das? Einen noch, letzter, guck mal 75k nur für diesen Huch und so ein Packs ausgegeben Es kommt nur Müll raus Ich guck nicht hin Ich guck nicht hin Ich guck nicht hin Pisscheck, Digga Pisscheck Pisse weg Was skippen Sané, Digga Oh, ich kann's heulen Arthentop zum zweiten Mal Sogar der Bruder, glaub ich, alter Hey Destruction Touré Ist das Jaya Touré? Jaya Touré Jaya Touré Wie bist du wert? Bitte sei auswert Ja Ja 230k 250k, Digga 240k, Mann Jawohl Ja Jawohl In den Verein Ja, Motherfucker Ist das hier abgefallen? Jaya Touré Ich bin aus dem Minus rausgeholt, Digga Bester Mann Oh, Jaya Touré, Digga Jawohl Lack Amina Digger, guck mal Ich hab gestern ein Spiel gehabt Und das wollte ich eigentlich heute hochladen, ne Auf jeden Fall, äh Beim Show-Slam machen Lächerlich 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 Meine Fresse Ist das hier abgefallen? Egal, ich bleib jetzt einfach so damit Juckt nicht Skippen Jones La Casse, Digga Boah, es gab La Casse letzte Woche noch in N-Form, Mann Was heißt letzte Woche gestern, Alter? Digga, Mann hat nur einmal Glück, nicht nochmal Kommt nix Let's is back, meine Freunde Let's is back Ich guck nicht hin Ich guck nicht hin Come on Come on Wieso Engländer, come on Wir gucken Müll Hartkommüll Am Anfang hatte ich 500k Und hab 250k Packs gezogen Oder kann ich jetzt nicht rechnen? Doch, ich kann rechnen Jaja, Theorie hab ich gezogen Hab mein Geld wieder raus Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen Ähm, wenn die haben, beweist Mit einem Daumen nach oben So richtig betteln, ihr wisst Ich bin ein richtiger Like, geiler Fisch geworden Lein Spaß, ähm, ja Nächste Woche kommt vielleicht Ähm, nee Nächste Woche nicht Nächste Woche kommt das Video gegen den Kollegen Und es ist auch sehr gut geworden Ich muss es noch schneiden Und wenn es nicht kommen sollte Kommt vielleicht was anderes So, dann ist eine Spackenfolge oder so Vielleicht, mal schauen, okay Und dann würde ich sagen Haupt 3, danke fürs Zuschauen Und wir sehen uns nächste Woche Ich zeige euch mal kurz, wie das geht Zum Beispiel, ich gucke jetzt auf mein Handy Blablabla Da steht, ich soll mich aufreiten Da mache ich einfach den hier Du, und so willst du dich verarschen oder was, Junge? Was ist das so ein Mist? Was will er auf YouTube, Mann?